Simon, Lars und Tim haben alle Star Wars Filme gesehen, aber erinnern sie sich auch noch an diese Charaktere? Alter, keine Ahnung. Ja, ja, doch, 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 ich erinnere mich. Der hat immer so feuchte Lippen. Er ist ja nur, der irgendwie sagen darf, wir wurden ja beinahe was getroffen, das war aber knapp. Die haben ja auch immer so ganz komische Namen, der heißt vielleicht irgendwie so... Ich glaube, er ist Gubbel. Ah, das ist der Brutzler, ne? Das ist der... Das ist der... Das ist der Imperator, ein ganz, ganz böser Mann, der versucht, alles zu töten. Und es wird ja vermutet, dass er eben, ähm, Darth Sidious ist. Warte mal, das ist Sidious nicht, ne? Darth... Ja, das ist Imperator Palpatine. Darth Detlef. Darth Detlef. Das ist It's a Trap. Ich meine, der ist, äh, einer aus dem Kaiserreich. Nee. Irgendein General. General Hoth. Wawf. Der Oktopusmann. General Akbar. Ja, das ist diese komische Kröte. Schwabbel. Oder? Irgendwie so ähnlich. Das ist Jabba da Hutt. Ein, äh, unästhetisches Wesen. Das Geilste ist, wenn er stirbt. Und er hat ihn so gewürgt mit seinem fetten Hals an. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ihn mag ich ja. Ihn mag ich ja sehr. Aber er ist ein bisschen, also blass, äh, thematisch ein bisschen blass. Er ist ein bisschen... Der ist eigentlich ein Stormtrooper. Und der kann aber die Schrecken des Krieges, äh, nicht, nicht aushalten und wird deswegen gut. Aber ich vergesse mal, wie er heißt. Quinn. Kinn? Quinn? Jordan. Fred? Oder Vince? Nee, Vince nicht. Fred. Fred, oder? Prinz. Was weiß ich, Mann, das ist doch keine Figur, die wichtig ist. Der, das ist irgendwie, keine Ahnung, Hodenman, McG. Oh, geil, der Hodenman, der Hodenmundmann. Oh, der Hodensack-Eiermundmann. Also, das ist ein ziemlich hässliches Wesen. Alter, wie funktioniert das? Wie ist der Mann? Wird das so zwischen den Säcken sich so reingeschoben, oder? Der heißt ... Twango. Teabago. Ah, hier, oh, Scheiß, er heißt so, er ist Qigong, ne? Quajin? Das ist ... Der wär's nicht Wesley Snipes. Ah ja, das ist der mit dem komischen ... Hat der nicht ein rosa Lichtschwert? Nee, das ist nicht Will Smith. Nein, natürlich ist das ... Barack Obama. Samuel L.Fucking Jackson. Und der heißt ... Hanbobo. Ja, das ist Mace Windu. Mutter? Ah ja, das ist die Mutter von irgendwem? Mutter von Luke? Nee. Von Anakin. Nie gesehen. Heißt aber Barbara. Ist es die Schwester der Mutter? Shindy? Bushido? Nee, warte mal. Maischik. Oder so. Mann, Mann. Mom. Einfach nur Mom. Shanti? Ah Shanti? Hihihi. 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 Hihihi.